Okay, hier ist das versprochene Infovideo zu dem neuen VOD-Format. Das heißt, Video on Demand, also lang ausgesprochen, also im Prinzip jedes Video, das nicht live gestreamt wird. Und hierzu muss ich sagen, das ist jetzt mein neues Format auf diesem Channel. Und das beinhaltet ein... sind so ähnlich wie Gameplays, können aber unter Umständen ein Commentary enthalten. Da werde ich jetzt immer ein WK, with Commentary, also mit Kommentar, ne ich mach's gleich auf Deutsch, MK mit Kommentar, OK ohne Kommentar. Einfach zwei Hintersätzen in eckigen Klammern und dann wisst ihr ja, worum es geht. Vor, äh, nein, hauptsächlich werde ich Crossfire und World of Tanks VODs hochladen. Allerdings können auch Nukleadoren und eventuell, wirklich nur ganz, ganz eventuell, Leech of Legends Videos kommen. Weil Leech of Legends hat zwar sehr lange Matches und deswegen muss ich mal gucken, wie es da mit dem... mit der Größe der Videos aussieht. Aber davon wird auf jeden Fall noch ein Gameplay auf dem Channel hochgeladen. Und wer es damit jetzt nicht einverstanden ist, der soll jetzt einfach über diesem Video... Hier ist ja der Button Abonnieren, beziehungsweise wenn der Abonniert steht schon, kann man da nochmal draufklicken. Und wenn man den Channel jetzt nicht mehr abonniert haben will, wird da ein kleiner Button sein. Abo beenden. Und dann da einfach draufklicken und nicht hier rumweinen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für's Zuschauen.